Ja, meine lieben Pitchers, macht es euch bequem auf dem Sofa. Läht man da ganz in der Ecke noch ein kleines Plätzchen frei. Und den Thomas Spindern kennst du mittlerweile, aber es hat natürlich noch weitere Band mit Gliedern. Wenn ich hier ganz in der Ecke sitze und ihr vielleicht noch etwas rüberrutschen könnte, dann hätte ich alles schön im Blick gefällt. Schnappt euch doch hier wie uns ein Mikrofon für die Lady und Gentlemen. Ich sehe, du hast dich schon angefreundet mit unserem Fisch. Ja, ich dachte, das ist der heisse Mann. Ja, hey, bevor wir loslegen, stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr seid und welche Funktion ihr in der Band habt, die haben wir ja schon gesehen. Ja, ich bin Lia, ich bin Bassistin bei den Pitchers. Wir sind seit 2007 zusammen, also schon eine ganze Weile und ja, immer noch voll dabei. Wir versuchen, einen guten Boden zu liefern hier. Cool. Und dann machen wir gleich weiter mit dem Surferboy. Genau, Surferboy. Ja, ich bin Jeremy, viel sagen wir auch Chibi. Und eben, wie du gerade gesagt hast, ich bin ein Surferboy. Ich bin da ganz seit dem Reisen, da drehe ich aber auch ein bisschen durch, weil ich Weltcups fahre und alles. Ja, wir können mit uns sprechen. Wir können mit uns sprechen. Ja, extrem durstig. Ja, aber es sieht fast aus als eine Seife drin. Ist das normal? Mir kommt es im Falle wirklich sofort vor. Ja, das sieht anders aus. Ich glaube, der Anthony war nicht. Wir wollen hier live vergiften. Wegen dem, stellen wir das Glas doch schon mal weit weg. Das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich weiss im Fall nicht. Solange es nicht schaumt, ist es ganz okay. Ja. Das tut mir leid, aber unser Catering-Expert. Der Anthony ist drin. Beziehungsweise Notiz. Du bist ein Bäraboy. Du musst schnell wegstellen. Und als nächstes sieht kritisch aus. Was lohnt dir? Jetzt probiere ich mal. Probier's? Oh oh. Seife-Wasser? Ja, schauen wir, wie es rauskommt. Jibi, was sagst du? Wasser. Wasser. Kurswasser. Okay, dann können wir das wieder hochstellen und alles ist gut. Thomas, den kennen wir schon, aber wir haben ja noch zwei weitere Mitglieder. Ich bin Rebu, ich bin der Keyboarder der Pitchers. Vielleicht auch noch ein bisschen für die technische Zustände. Wenn wir Aufnahmen machen, nehmen wir die bei mir im Homestudio auf. Und dann produziere ich auch unsere Songs. Okay. Und noch der Letzte im Bunde? Ich heisse Valentin und ich spiele Gitarre. Sehr schön. Der Bro von dem hier. Wir sind Brütschen. Ah, das sind die Brütsch-Brothers. Die haben den gleichen Nachnamen gehabt und dann haben wir überlegt, sind das jetzt wirklich Brütschen oder nicht? Wir zwei machen, schon. Oder ist das ein Zufall, dass ihr gleich heisst? Aber das sind echte Brütschen? Wir spielen schon zusammen Musik. Babys. Okay. Seit der Windeln. Seit der Windeln. Seit der Windeln. Vorher nicht, oder was? Es war mühsamer. Ohne Windeln ist es schwierig. Wer ist jetzt der Alter? Ich. Du? Okay. Ja gut. Das Publikum konnte euch jetzt mal kurz kennenlernen. Und natürlich möchten wir auch das Publikum euch vorstellen. Bei uns ist ja alles interaktiv. Auf Joyce.ch slash onair kannst du nämlich mitschatten, deine Fragen stellen und Kommentare loswerden.